Sensationelles Appartement für eine Familie. Düsseldorfer Altstadt, unweit vom Rhein. Wirklich bis zum Burgplatz. Zwei Minuten. Einfach nur traumhaft schön. Ganz kurzes Dielen im Garderobenbereich. Die Küche gehen wir gleich noch. Das machen wir aber danach. Erstmal ins Erzenschlafzimmer, sozusagen ins Elternschlafzimmer mit Fernseher, Seitbord, Esstisch, allem drum und dran. So, was man alles braucht, um eine schöne Ferienwohnung zu haben. Aber auch vier Zimmer. Wunderschön. Aber eben vier Zimmer als Familie. Ist halt nicht so wie als Pärchen oder wenn Freunde miteinander wohnen. Weil das erste Schlafzimmer ist ein Durchgangszimmer zum zweiten Schlafzimmer. Aber eben traumhaft schön auch. Da gehen wir jetzt hin. Da sind wir die Fernseher noch mal nicht großen. Dann sind wir hier im zweiten Schlafzimmer. Sozusagen im Kinderschlafzimmer. Ruhige Altstadt. Ruhig zur Altstadt, zum Rhein. Alles schön. Tolle Ferienwohnung. Mitten in Düsseldorf, Altstadt. Einfach mal traumhaft schön. Jetzt gehen wir zurück ins erste Schlafzimmer. Wie gesagt, vier Betten. Alles schön. Alles so, dass man sich wohlfühlen kann in der Altstadt Düsseldorf. Mehr geht nicht. Beim Schauspieler hatte ich vergessen zu erwähnen. Gehen wir zurück zum Eingangsbereich. Kommen wir in die Wohnküche. Mit Herd, Kühlschrank, Spüle, Einbauten. Alles komplett. Wie gesagt, bitten in der Altstadt. Fünf Minuten zum Rhein. Mehr geht nicht. Blick vom Fenster in die Wohnküche. Alles dabei. Ein, zwei, drei Tage Urlaub in Rhein. Mitten in der Altstadt Düsseldorf. Mehr kann man nicht haben. Jetzt haben wir zu den anderen Wohnungen. Haben wir hier ein Wannenbad. Zwar klein und fein, aber trotzdem Wannenbad. Mehr geht nicht. Tolle Ferienwohnung. Düsseldorf-Altstadt. Drei Minuten zum Rhein zum Käsematten. Danke fürs Zuschauen. Schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Seid gesund. Danke schön. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü